Herzlich Willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin Joshua Wiesel und wir möchten heute über vielleicht eines der meistdiskutiersten Themen in der Christenheit reden. Und zwar, dürfen Frauen predigen und dürfen Frauen Gemeinde leiten oder sollen sie, wie es anscheinend in der Bibel steht, einfach ihre Klappe halten und in der Ecke sitzen? Bevor wir loslegen, du darfst uns gerne abonnieren, mach die Glocke an, weil in unserem nächsten Video geht es darum, was ist, wenn kleine Kinder in den Himmel kommen? Warum ist dann Abtreibung eigentlich so schlecht? Bevor wir zu den fünf Gründen kommen, möchte ich dir kurz sagen, warum der Bibelferst, der dir wahrscheinlich sofort zu diesem Thema einfällt, nicht relevant ist. Und das ist 1. Timotheus 2, 11-12 und da steht, die Frau soll still zuhören, wenn in der Gemeinde gelehrt wird und bereit sein, sich ganz unterzuordnen. Einer Frau erlaube ich nicht, öffentlich zu lehren und sich über einen Mann zu erheben. Sie soll vielmehr still und zurückhaltend sein. Dieser Vers, der fällt dir wahrscheinlich sofort zu dem Thema ein. Und dieser Vers hat Paulus Timotheus geschrieben und seiner Gemeinde. Und diese Gemeinde hat in dieser Zeit große Probleme gehabt mit Gemeindemitgliedern, aber auch mit Menschen drumherum, die noch keine Beziehung zu Gott hatten und sogar Heiden waren. Und Frauen damals, weißt du wahrscheinlich, hatten nicht viele Rechte. Vielleicht das Wahlrecht kam erst irgendwann im 20. Jahrhundert, wie du wahrscheinlich auch weißt. Bei den frühen Christen hatten sie doch einige Rechte. Aber wie gesagt, die Gemeinde hatte einige Probleme. Deswegen hat Paulus klar und deutlich, wie er immer schreibt, gesagt, dass die Frauen sich besser zurückhalten sollten. Sonst wird die Gemeinde nur noch mehr Probleme haben. Und es wird sich dort in dieser Gemeinde in der Zeit erstmal niemand bekehren. Und es könnte vielleicht sogar zu einem Aufstand kommen und Menschen könnten vielleicht sterben. Deswegen war seine Empfehlung, die Frauen sollen sich zurückhalten. Und wenn es die ganze Situation bessert, dann können sie wieder nach vorne treten. Das macht Sinn? Cool. Wir kommen zum ersten Punkt, warum Frauen Leiter und Pastorinnen sein sollten. Und zwar, Frauen waren die Grundlage für die Verbreitung der Botschaft von Jesus. Nicht nur war die Frau am Brunnen, die steht in der Bibel, die erste Evangelistin in Samarien und die Frauen am Grab die ersten Zeugen, dass Jesus auferstanden ist, sondern Maria von Bethanien wurde von Jesus als das richtige Tun bekräftigt, indem sie zu seinen Füßen saß. In der Antike bedeutet, zu den Füßen sitzen wörtlich ein Jünger sein. Sogar Paulus erwähnte während seines Dienstes in einem Grußwort an die römische Kirche mehrere führende Frauen Römer 16. Unter ihnen waren die Apostel Junia und Phöbe, die Abgesandte des Paulus und Übersetzerin des Briefes. Wir wissen auch von mehreren Hauskircheleiterinnen wie Chloé und Nymphenpa, glaube ich, 1. Korinther 1, 11, Kolosser 4, 15 und Preskiller, die auch Apollos den genaueren Weg über Jesus lehrte. Wenn Frauen in den Anfängen der Bewegung Jesu so eine große Rolle gespielt haben, warum sollten sie es dann jetzt nicht mehr tun? Punkt Nummer 2. Frauen sind für den Dienst in der Kirche begabt. Nirgendwo im Neuen Testament sind die Gaben des Geistes geschlechterspezifisch. Tatsächlich brach der Prophet Joel über Pfingsten in den letzten Tagen, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weiss sagen. Selbst über meine Knechte, Männer und Frauen werde ich an jenen Tagen meinen Geist ausgießen und sie werden Weiss sagen. Da wir nach Pfingsten leben, obviously ist ja Feiertag, können wir sicher sein, dass Gott seinen Geist über alle Menschen ausgegossen hat. Sowohl über Männer als auch über Frauen. Dazu gehören auch junge und alte Menschen und Menschen aller ethnischen Gruppen. Im 1. Korintherbrief wendet sich Paulus an Brüder und Schwester, wenn er von den Gaben spricht und behauptet, dass einige Wunder vollbringen, einige Prophezeien, einige lehren, andere evangelisieren und sogar andere Pastoren sein werden. Das sind Gaben, die der Geist nach Gottes Ermessen sowohl an Männer als auch an Frauen ausgeteilt hat. Frauen sogar Pastoren werden. Uhum, interesting. Sollten Frauen die Gaben, die ihnen Gott gibt, nicht nutzen und seine Kirche leiten, obwohl sie der Gabe der Leitung haben? Punkt Nummer 3. Frauen sind auch Gottes Ebenbild. In der Schöpfungsgeschichte wurden Männer und Frauen gleichermaßen die Verantwortung übertragen, Gottes Bild zu tragen. Die Herrschaft über die Schöpfung auszuüben und fruchtbar zu sein. Männerwiesen auch fruchtbar. Da beide Geschlechter nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, verstehen wir, dass die Fülle der Persönlichkeit Gottes nicht nur in uns Männern ist, sondern auch in der Weiblichkeit zum Ausdruck kommt. Weil wie du weißt, das Ebenbild Gottes, damit ist nicht hier unser Körper gemeint oder nicht nur, sondern auch unser Geist. Und nicht nur in uns Männern, sondern auch in den Frauen ist dieser Geist. Und Gott war ein Leiter, wie ich mal zu meinen glaube. Gott verwendet oft weiblichkeitsspezifische Bilder in der Bibel. Wie zum Beispiel eine Mutter, die ihr Kind tröstet und entwöhnt, Jesaja 6, 13. Eine stillende Frau, Jesaja 49, 19. Und eine Frau, die in den Wehen liegt, Psalm 131, 2. Das hat er alles als Vergleiche benutzt. Wenn Gott sich sowohl in männlicher als auch weiblicher Hinsicht widerspiegelt, warum sollten dann nicht beide Geschlechter in der Führung wiedergespielt werden? Und genau das führt uns zu unserem vierten Punkt. Frauen brauchen weibliche Fürsprecherinnen. Es ist keine Überraschung, sollte es nicht sein, dass Frauen und Männer unterschiedlich sind. Sie haben unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Bedürfnisse. Aus diesem Grund brauchen wir eine Vielfalt von Stimmen in der Führung, die Männer und Frauen leiten, seelsorgerlich betreuen und auf ihre besondere Situation eingehen können. Vielfalt in der Führung ist gleichbedeutend mit authentischer Jüngerschaft und die Grundlage für eine gesunde und wachsende Gemeinde. Wenn in der Gemeinde wichtige Entscheidungen getroffen werden, sind weibliche Perspektiven notwendig, um zu Themen zu sprechen, auf die Männer keinen Bezug haben und in denen sie keine eigenen Erfahrungen aus erster Hand gemacht haben. Niemand kennt die Bedürfnisse von Frauen besser als Frauen. Sollte die Führung in der Kirche in deiner Gemeinde nicht die Vielfalt ihrer Mitglieder widerspiegeln? Besonders in unserer heutigen Kultur, in der Geschichten über sexuellen Missbrauch innerhalb der Kirche aufgedeckt werden, ist es nicht wichtiger denn je, dass Frauen vertreten sind, wenn es darum geht, Entscheidungen in Führungspositionen im Namen der Gemeinde zu treffen? Punkt Nummer 5. Wenn Frauen gestärkt werden, blüht die ganze Gesellschaft und die ganze Gemeinde auf. Wir wissen, dass Frauen auf globaler Ebene zu den am stärksten unterdrückten Menschen gehören. In bestimmten Ländern haben viele Frauen überhaupt keine Rechte in der Gesellschaft und sie werden wie viel für einen Brautpreis verkauft, in die Sklaverei gezwungen und dürfen manche Orts noch nicht mal öffentlich irgendwo rumlaufen. Organisationen wie die UN-Frauen und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD haben jedoch unter anderem über Studien berichtet, die zeigen, welchen wichtigen Beitrag und sogar eine völlige Veränderung der Gesellschaft Frauen leisten, wenn sie ausgebildet und befähigt werden. UN-Frauen stellten fest, dass ein erhöhtes Bildungsniveau von Frauen und Mädchen für etwa 50% des Wirtschaftswachstums in den OECD-Ländern in den letzten 25 Jahren verantwortlich ist. Thanks to you Frauen! 50% mehr Geld für uns! Mehr als die Hälfte davon ist darauf zu verrückt zu führen, dass Menschen Zugang zu höherem Bildungsniveau hatten. Denn ähnlicherweise ergab eine Studie mit Daten aus 219 Ländern, dass die Kindersterblichkeitsrate für jedes zusätzliche Ausbildungsjahr für Frauen um 9,5% sank. Das ist krass. Dies ist nur eine von hunderten von Statistiken, die belegen, dass die Gleichstellung der Frauen für das menschliche Entwickeln notwendig ist. Wenn Frauen befähigt werden, dann gewinnen alle. Gewinnen alle. Wenn diesem großen, globalen Maßstab zutrifft, zählt es dann nicht auch für die Kirche? Wenn Frauen gefördert und ermächtigt werden und ihnen ihre Freiheit gegeben wird, ihre Gaben in der Führung auszuüben, wie Gott es beabsichtigt, stell dir mal vor, was dann mit der globalen Gemeinde passieren würde. Gottes Reich auf der Erde würde aufbehen wie nie zuvor. Aber was tun Männer, die glauben, dass Frauen nicht in die Führungspositionen können? Die halten nicht nur Frauen unten und lassen Frauen nicht ihre Gaben ausüben, sondern sie halten Gottes Willen unten. Und das ist dramatisch. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.